Hallo und herzlich willkommen zu meinem nächsten Video. Draußen ist es regnerisch und grau, bestes Wetter um Physik zu machen. Heute geht es um die gedämpfte Schwingung. Das Video besteht aus drei Teilen. Zuerst schaue ich mir die Bewegung mal genauer an, das heißt ermittle die Auslenkung in Abhängigkeit der Zeit und zwar mithilfe einer kleinen Videoanalyse. Danach mache ich mir ein paar Gedanken zum theoretischen Ansatz. Der führt dann allerdings zu einer Gleichung, die mit schulischen Mitteln nicht mehr gelöst werden kann. Aber ich kann mithilfe einer Tabellenkalkulation dazu ziemlich schnell eine Simulation erstellen. Die vollzieht dann Schritt für Schritt die Bewegung nach, was ich im letzten Teil dann auch zeige. Abschließend gebe ich dann noch die exakte Lösungsgleichung der gedämpften Schwingung an. Im Begleittext unten habe ich ein paar Links gesetzt, damit ihr gleich zu den Stellen springen könnt, die euch interessieren. Also dann, los geht's. Zum Experiment. Ich habe einfach eine Masse an eine Feder gehängt und lasse sie schwingen. Jeder weiß, dass die Schwingung nach und nach aufhört. Damit diese Dämpfung etwas schneller stattfindet, lasse ich die Bewegung unter Wasser stattfinden. So weit, so unspektakulär. Aber dennoch ist die Untersuchung der gedämpften Schwingung im Detail recht interessant. Mithilfe einer Videoanalyse erstelle ich mal ein Ausdenkungszeitdiagramm. Ich habe dazu eine gut erkennbare helle Scheibe zwischen die dunklen gepackt. Und darauf richte ich nun den Cursor aus. So kann der Computer jetzt diesen Farbbereich gut per Bewegungserkennung verfolgen. Das dauert ein bisschen. Ich spule das daher mal vor. So, und im Bereich Diagramme kann ich mir nun schon die Ausdenkung in Abhängigkeit der Zeit gleich ansehen. Sieht doch gut aus. Ich mache mal ein Bildschirmfoto, damit ich dann noch ein bisschen hineinmalen kann. Schneide ich es mir auch noch zurecht, weil mich das Geschwindigkeitszeitdiagramm derzeit gar nicht interessiert. So, noch vergrößern. Voilà. Es ist eigentlich sofort erkennbar, dass der für Schwingung typische sinusförmige grafische Verlauf auch hier entsteht. Die Amplitude wird aber im Laufe der Zeit immer kleiner. Und es sieht so aus, als ob sie exponentiell abnimmt. Sprich, hier liegt wohl eine Überlagerung einer exponentiellen und einer Sinusfunktion vor. Okay, lassen wir einfach mal so stehen. Ich mache mir stattdessen ein paar Gedanken zum theoretischen Ansatz. Ich schnappe mir dazu mal ein Standbild aus der Bewegung und füge es in die App GoodNotes ein, damit ich dazu ein paar Bemerkungen ergänzen kann. So, ungefähr hier war die Ruhelage der silbernen Scheibe. Dann ist der Abstand, den die Scheibe jetzt, zu dem Zeitpunkt T des Fotos hat, die Auslenkung S. Die Feder zieht die Scheibe in die Gegenrichtung. Das heißt, wir haben die Federspannkraft F Spann nach oben. Das Zugsche Gesetz besagt bekanntlich, hoffentlich bekanntlich, dass die Spannkraft F gleich minus D mal S ist. Das heißt, die Größen Auslenkung S und Kraft F sind proportional zueinander. Die Proportionalitätskonstante D heißt Federkonstante. Sie beschreibt die Federhärte. Je größer D, desto härter ist die Feder. In der Formel ist noch ein Minuszeichen, weil die Auslenkung S und die Federkraft F immer entgegengesetzte Richtungen haben. So, wenn ich mich richtig erinnere, habe ich das Bild in einer Phase gemacht, in der sich die gerade noch ein Stück abwärts bewegt. Das heißt, ich habe einen nach unten gerichteten Geschwindigkeitsvektor V. Als Folge der Bewegung tritt dann noch eine Kraft auf, die Reibungskraft Fr. Die ist immer der Bewegungsrichtung entgegengesetzt, also hier nach oben gerichtet. Wäre ich hingegen gerade in einer Phase, in der sich das Objekt nach oben bewegt, wäre der V-Vektor nach oben und der Reibungskraftvektor nach unten. Auslenkung S und Spannkraft F sp würden sich hierbei nicht ändern. Auch für die Reibungskraft gibt es eine einfache Formel. Oh, Entschuldigung, ich habe für die Spannkraft den Index sp vergessen. Das hole ich mal schnell nach. So, und dann kann ich die Formel für die Reibungskraft Fr notieren. Im einfachsten Fall, wie etwa bei langsamen Bewegungen in Luft oder Wasser, ist diese Kraft proportional zur Geschwindigkeit V. Auch hier gibt es wieder ein Minuszeichen für die entgegengesetzten Richtung der Vektoren. Die Proportionalitätskonstante ist dann die Reibungskonstante R. Je größer R, desto stärker wird die Bewegung gedämpft. Diese beiden Kräfte bilden nun zusammen die Gesamtkraft F gesamt. Beachtet übrigens dabei, dass alle Kräfte sich zeitlich ständig verändern, je nachdem, wo die Masse gerade ist und in welche Richtung sie sich wie schnell bewegt. Ich setze mal ein, dann ergibt Minus D mal S minus R mal V die Gesamtkraft, die dann nach Newton'schem Gesetz für die Beschleunigung sorgt, also gemäß F gleich M mal A. Das bringe ich mal alles auf die rechte Seite, beziehungsweise die linke dann. Außerdem weiß ich, dass die Beschleunigung A die zweite zeitliche Ableitung von S, also S2 Punkt von T ist und die Geschwindigkeit ist die erste Ableitung, also S Punkt von T. Zuletzt bleibt noch der Summand mit S von T. Weil nun alles auf einer Seite ist, bleibt für die andere Seite nur noch gleich 0. Und damit haben wir eine Differenzialgleichung gefunden. Allerdings so eine, die sich gewaschen hat. Mit schulischen Mitteln ist die gar nicht mehr lösbar. Na ja, okay, außer vielleicht für ein paar Spezies aus meinem Physikleistungskurs, die ich hiermit mal ganz herzlich grüße. Um diese Gleichung lösen zu können, müsste ich mit Exponentialfunktionen im komplexen Zahlenkörper und mit der Euler-Formel arbeiten. Aber den Spaß überlassen wir dann doch lieber den Studenten in der Universität, beziehungsweise meinen Spezies. Aber wir stehen der Gleichung dennoch nicht ganz hilflos gegenüber, denn wir können die Bewegung in einer Simulation nachvollziehen. Der Trick ist dabei, dass ich sehr kleine Zeitintervalle Delta T wähle und von einem Zeitpunkt zum nächsten in diesen Intervallen springe. Zuerst habe ich zu einem Zeitpunkt T die Auslenkung S und die Geschwindigkeit V gegeben. Starten wir etwa am Hochpunkt, dann ist dort anfangs S gleich der Amplitude A und V gleich 0. Mit den obigen Gesetzen kann ich dann die Kraft F bestimmen, die gerade auf die Masse wirkt. Nach F gleich M mal A, umgestellt zu A gleich F durch M, finden wir damit die Beschleunigung A. Für kleine Zeitintervalle beschreibt A die Änderungsrate der Geschwindigkeit. So, das geht, neue Geschwindigkeit V0 gleich alte Geschwindigkeit Valt plus A mal Delta T. Die neue Auslenkung berechne ich dann auch aus der alten plus der Ortsänderung Delta S, die ich wiederum aus Geschwindigkeit mal Zeitintervall Delta T bestimme. Also kurz, neue Auslenkung S neu gleich alte Auslenkung S alt plus V mal Delta T. Ich setze dabei voraus, dass Delta T so klein gewählt wird, dass F und A während dieses Zeitraums als konstant angesehen werden können und sich die Geschwindigkeit V und der Ort S nahezu linear ändern. So, und wie man das mithilfe einer Tabellenkalkulation wie zum Beispiel Numbers auf dem iPad durchführt, das zeige ich euch jetzt. Wechseln wir also zu Numbers. Zuerst richte ich nach dem Titel einen Bereich ein, in dem ich die Parameter einstellen kann. Das sind die Startamplitude A, was weiß ich, zum Beispiel 20 cm, die Masse M, vielleicht 100 g, die Federkonstante D, nehmen wir für den Anfang vielleicht mal 3 Newton pro Meter. Und Delta T lege ich als zehntel Sekunde fest und die Dämpfungskonstante R ist vielleicht 0,2 kg pro Sekunde. Kann ich alles später noch ändern und anpassen, wie es mir gerade gefällt. Dann beginne ich das Anlegen der eigentlichen Tabelle. In die erste Spalte kommen die Zeitpunkte T, in die zweiten die Auslenkungen S. Wie vorhin ausgeführt, kann ich daraus die Kraft F bestimmen, daraus die Beschleunigung A und bei ausreichend kleinen Zeitintervallen Delta T ergibt sich daraus dann die Geschwindigkeit V. Der Startzeitpunkt sei jetzt nicht völlig überraschend 0. Wie ich vorhin dargelegt habe, starten wir einfach mal im Hochpunkt. Dann kann ich nämlich einfach festlegen, die Auslenkung zum Zeitpunkt 0 ist gleich der Amplitude, sprich gleich dem Wert in der Zelle C5. Wenn ich jetzt hier in Numbers gleich C5 eintippe, dann überträgt die Software den Wert brav von der einen in die andere Zelle. Das ist praktisch, denn wie ihr seht, wenn ich oben den Parameter verändere, ändert er sich unten automatisch gleich mit. Machen wir weiter. Für die Kraft F nehme ich anfangs erst mal nur die Hooke'sche Formel und lasse die Dämpfung raus. Also ist F gleich minus D mal S. Da D in der Zelle C7 steht und die Auslenkung S in der Zelle C12, gebe ich ein gleich, dann weiß Numbers jetzt muss gerechnet werden, minus C7 mal C12. Numbers berechnet dann automatisch den Kraftwert und hier kommt dann minus 0,6 N raus. Als nächstes gilt A gleich F durch M. F steht in der Zelle D12, M in der Zelle C6, also gebe ich hier gleich D12 durch C6 ein und erhalte die Beschleunigung minus 6 Meter pro Sekunde zum Quadrat. Der letzte Wert in der Startzeile ist die Geschwindigkeit V. Die ist 0, denn wir sind ja im Hochpunkt. So, die zweite Zeile, die ist jetzt der Knackpunkt, denn hier berechne ich die neuen Werte aus den alten. Hier arbeite ich jetzt langsam und gründlich, denn wenn ich das richtig gemacht habe, ist der Rest ein Knacks. Also, die neue Zeit berechne ich aus der alten plus dem gegebenen Zeitintervall Delta T. Die alte Zeit steht in der Zelle B12, das Zeitintervall in der Zelle C8. Aber ich gebe nicht C8 ein, sondern $C$8. Das sieht ein bisschen komisch aus, ist aber wichtig. Denn ich will gleich meine Formel auf die nächsten Zeilen übertragen. Das können Tabellenkalkulationen wie Numbers, Excel oder Calc ganz prima. Hier muss ich dazu unten rechts auf Zelle klicken, dann oben Zellen automatisch ausfüllen anwählen. Dann erhalte ich so einen gelben Rahmen. Ich tippe auf die beiden schwarzen Linien im unteren gelben Rand und ziehe sie nach unten. Zack, schon habe ich die nächsten Werte. Aber das klappt nur, wenn ich bei der Zelle C8 diese Dollarzeichen ergänze. Warum? Sehen wir uns das mal in der Zelle B14 an. Hier ist die Formel jetzt B13 plus C8. In der Zelle B15 steht nun gleich B14 plus C8. Und in der Zelle B16 steht gleich B15 plus C8. Ihr seht den Unterschied. Gebe ich nur die Zellbezeichnung ein, dann verändert sich der Wert, also der Bezug von Zeile zu Zeile. Das ist für den ersten Wert auch vollkommen in Ordnung, sogar gewollt, denn ich will ja immer vom vorherigen Zeitpunkt aus weiterrechnen. Aber das Zeitintervall, das steht immer in der gleichen Zelle, nämlich C8. Und damit die Tabellenkalkulation diesen Zellbezug festlässt, also nicht mit nach unten wandern lässt, dazu setze ich diese Dollarzeichen. Genau dafür sind die da. Noch ist es zu früh, die nächsten Zeilen automatisch zu füllen. Deswegen lösche ich das jetzt erstmal wieder und fülle stattdessen die nächste Zelle in der zweiten Zeile aus. Der neue Ort S ergibt sich aus dem alten gemäß S neu gleich S alt plus V mal Delta T. Der alte Ort steht in Zelle C12 plus die alte Geschwindigkeit, die steht in Zelle F12 mal dem Zeitintervall Delta T in Zelle C8. Orte und Zeiten ändern sich, das Zeitintervall Delta T bleibt aber immer in C8, sodass ich hier wieder Dollarzeichen setzen muss. Die Kraft F ist gleich minus D mal S. D steht immer in Zelle C7, also mit Dollarzeichen, S jeweils in der Zelle davor, also hier C13, aber ohne Dollarzeichen. Die Beschleunigung A ist gleich F durch M, also D13, da steht die aktuelle Kraft, geteilt durch Dollar C, Dollar 6, denn die Masse steht in der Zelle C6 und zwar immer. Die letzte Zelle. Die neue Geschwindigkeit V ergibt sich aus der alten in Zelle F12 plus der Beschleunigung A in Zelle E13 mal dem Zeitintervall Delta T in Zelle C8. Letzteres wieder mit Dollarzeichen. So, jetzt habe ich den schwierigen Teil geschafft und kann schnell die Früchte ernten. Ich markiere die ganze Zeile, gehe unten rechts auf Zelle, oben auf Zellen automatisch ausfüllen und ziehe den unteren Rand nach unten. Rums, jetzt habe ich haufenweise Daten. Aus vielen Daten macht man am besten Diagramme. Hier will ich das Diagramm S von T sehen. Also markiere ich die zugehörigen Zellen mit den Daten S und T, klicke wieder auf den Zelle-Button unten rechts, wähle neues Diagramm erstellen und muss nun etwas nach unten scrollen, um das XY-Diagramm als Option auswählen zu können. Ups, das sieht jetzt im ersten Moment etwas chaotisch aus, aber das haben wir gleich. Zuerst mal ergänze ich eine Linie, die die ganzen Punkte in der richtigen Reihenfolge verbindet. Dann gestalte ich mal die Farben etwas schöner. Hier im Schnelldurchlauf, es passiert hier nichts physikalisch Wesentliches. Dann ziehe ich das Diagramm noch ein Stück auseinander. Die Amplitude nimmt gar nicht ab. Äh, richtig, ich habe die Dämpfung noch gar nicht berücksichtigt. Aber das kann ich leicht nachholen. Ich muss nur die Kraftformel in Zelle D13 vervollständigen. Da kommt zum Produkt minus D mal S noch das Produkt minus R mal V dazu. Also Dollar C, Dollar 9 für den festen Wert R mal C12 für die bisherige Geschwindigkeit V. Die neue Formel muss ich nun noch auf die anderen Zellen übertragen und wie das geht, wisst ihr ja bereits. Jetzt habe ich eine ordentliche Dämpfung in der Schwingung drin. Damit bin ich eigentlich fertig und kann mit meiner Simulation noch ein bisschen herumspielen. Etwa ist die Dämpfung hier wirklich stark, ich reduziere sie mal auf 0,15 kg pro Sekunde. Oder auf 0,1 kg pro Sekunde. Dann sieht das Ergebnis doch recht ordentlich aus. Interessant ist übrigens auch das Spielen mit dem Zeitintervall der Eta T. Wenn ich es zu klein wähle, läuft die Simulation nicht schnell genug. Wähle ich es zu groß, kommt nur Quatsch raus, weil dann die verwendeten Näherungen nicht mehr gelten. Probiert es einfach mal selber aus. Geschafft! Zum guten Schluss will ich euch noch verraten, dass die Abnahme tatsächlich exponentiell ist. Die Differenzialgleichung können wir ja nicht lösen, aber ich kann mal die Lösung angeben. Die lautet S von T ist gleich A mal E hoch minus Delta mal T mal Cosinus Omega T plus Phi. Wobei Delta gleich R durch 2m ist und Omega gleich Wurzel aus Omega 0 zum Quadrat minus Delta zum Quadrat. Omega 0 ist die Winkelgeschwindigkeit für den ungedämpften Fall. In dem Fall wäre R gleich 0 und damit dann auch Delta gleich 0. Der exponentielle Term geht dann in den festen Zahlenwert E hoch 0 gleich 1 und die Winkelgeschwindigkeit in Wurzel aus Omega 0 zum Quadrat gleich Omega 0 über. Das heißt, die alte Schwingungsgleichung ergibt sich als Sonderfall der gedämpften Schwingung. So, jetzt ist aber auch mal gut. Macht was draus. Ich verabschiede mich hier bis zum nächsten Mal. Tschüss!